Hallo, hallo, hallo. Hier ist ein neuer Sportvlog. Heute bin ich auf dem Fahrrad unterwegs, aber mache keine Tour, sondern will nur ein bisschen den Berg hoch und runter fahren. Einfach mal eine Stunde Wildradrad fahren. Mache ich hier an so einem Berg, habe ich mich extra dahin bewegt, im Taunus. Und eine Stunde ist gut, also nach dem Intro geht es so richtig los. Ich bin hier beim ersten Anstieg. Der erste Anstieg ist nie der schlimmste, weil da ist man noch einigermaßen ausgeruht. Ich mache mich jetzt hier hoch, brauche noch ein paar Minuten und radle ich runter, fahre wieder hoch und so weiter. Also immer hoch und runter, immer hoch und runter. Das mache ich jetzt eine Stunde lang und dann bin ich erstmal zufrieden für heute, habe meinen Sport gemacht. Den Berg hoch zu radle ich schon nicht ohne. Gerade. Ich bin beim ersten Mal. Scheiße. Ich bin jetzt mittlerweile das fünfte Mal unterwegs. Den Berg nach oben. Das ist hier der Hang, den ich da hoch mache. Das dauert immer so circa fünf, sechs Minuten, bis ich da hochgefahren bin. Da ist der Beweis, das ist mein Fahrrad. Ich gehe nicht, sondern ich fahre. Mal gucken, wie oft ich das jetzt mache. Ich bin jetzt gut 25 Minuten unterwegs. Ich fahre jetzt mittlerweile zum neunten Mal hier hoch. Bin auch schon drüber über die Stunde. Aber es macht nichts. Aber neunmal reicht mir jetzt auch. Wenn ich jetzt da oben angekommen bin, ist alles gut. Reicht. Für heute. Für heute. Ganz wichtig. Für heute. Nicht für immer. Ich mache jetzt mal weiter. Und dann, wenn ich runterfahre, sage ich nochmal Tschüss. Bis gleich. Neunmal bin ich jetzt hochgefahren. Bin jetzt bei einer Stunde zehn ungefähr angekommen. Reicht mir aus. Ich fahre jetzt nur noch runter. Um die Kurve. Zagi, zagi. Da nochmal. Zup. Zing, zang, zong. Und dann bin ich daheim. Also. Bin auch Sport machen jetzt. Irgendwas. Irgendwas machen. Mach ein paar Liegestütze, ein paar Sit-Ups. Geht mal walken. Geht joggen. Geht Sport spielen. Geht ins Boxtraining. Saugeil. Taunusfahrter-Instein kann ich nur empfehlen. Fahrrad fahren. Auch wenn es ein Holland-Fahrrad ist. Einfach mal Rad fahren gehen. Scheißegal. Macht irgendwas. Fangt was an. Jetzt. Nicht morgen. Nicht nächste Woche. Jetzt. Irgendwas. Wenn das Video zu Ende ist, macht ihr erstmal fünf Liegestütze. Und wenn das klappt, nochmal fünf. Und so weiter. Also. Cheerio mit Sophie. Bis zum nächsten Sportvlog. Ich zähl auf euch. Wir sehen uns. Frühstück bis zum nächsten Sommerstück. Australien pizza. Vielen Dank.